bring den Wein zu mir, bring den Wein zu mir, ich verdoste hier Leute, herzlich willkommen zu einem neuen täglich Topra Letzter Vlog ist noch nicht mal geschnitten, egal, neuer wird schon mal aufgenommen, vorbereitet Ja, damit Tage und wenn kein Lust, dann, ah, ihr wisst Bescheid, ab auf die Arbeit, los Alles wäre vorbereitet, jetzt gleich geht es los und wir geben Power, Gas, los, Action Jackson Wir sehen uns dann, hungrig, zur Mittagspause Moin Freunde, der Wind könnte etwas laut sein, aber egal, Mittagspause ist angeboren Kurz rüber zur Bank, Geld holen und dann nochmal zum Döner Vormittag war recht anstrengend, war viel los, auch telefontechnisch Ja, Telefon hat in einer Tour geklingelt, wir haben gerade so eine Störung Ich kann Festnetznummern irgendwie nicht zurückrufen Dann habe ich halt die Handynummern abgearbeitet, weil ich die von meinem Geschäftstelefon aus anrufe Ja, jetzt hat ein Kollege aus dem anderen Shop gesagt, jo, ruf einfach alle vom Handy an Ich so, okay, mache ich, kein Thema Dann können die auch zurückgerufen werden, ist gut So, Vormittag lief auch top Ein paar Sachen verkauft, ja, stolz auf mich Und jetzt haben wir uns das Mittagessen redlich verdient Was es vielleicht auch noch zu erwähnen gilt Eigentlich wäre ja heute mein freier Tag Falls einer von euch die Tage so checkt von meinen Vlogs Ich meine, das Datum steht ja immer im Titel, aber checken ja viele nicht Also heute ist Donnerstag, wo ich diesen Vlog aufnehme Und eigentlich wäre heute frei Aber das hat sich verschoben auf Samstag Auf total entspannt, geil Ja, jetzt rüber zum Döner Man of Trust Heute habe ich mal was abseits von der normalen Speisekappe genommen Also was ich sonst hier so esse Aber das werdet ihr ja gleich sehen Der Kotel müsste mittlerweile eingeblendet sein Warten Das war wieder mal geil das Essen Wer es nicht gecheckt hat, das war Pide mit Sucuk Richtig geil dort, muss ich sagen Also war jetzt das erste Mal, dass ich es dort gegessen habe Aber war geil, ich habe es schon woanders gegessen Auch gut, aber hier war es nochmal ein Stück geiler Vielleicht auch wegen dem Salat, den die noch mit dazu machen Man weiß es nicht, man weiß es nicht, liebe Freunde Ja, jetzt geht es gleich wieder rein Weiter arbeiten, tschüss Feierabend, Easter, Freunde Ihr fragt euch bestimmt, warum halte ich mir mein Handy so in die Fresse Das ist, weil ich meinem ehemaligen Arbeitskollegen gerade eine Sprachnachricht schicke Hallo Also einmal Hallo in der Sprachnachricht und einmal Hallo im Vlog Weil ich weiß, dass er die Vlogs guckt Sagt er zumindest, ob es stimmt Man weiß es nicht Können ja viel erzählen die Leute Gut, ich gehe jetzt raus Beende jetzt die Sprachnachricht Tschüss Und sage, wir sehen uns, wenn ich zu Hause bin Vlogg, vlogg, easy peasy Zum Laden des Vertrauensfreunde Was geht, muss auch mal wieder sein Wie anstrengend das manchmal ist, wenn man so angeguckt wird mit der Kamera Aber auf dem linken Klick hinten muss ich halt nicht Ich muss noch gucken Ich sage, was ist denn das? Was macht denn das? Unsere Kamera schwänze Das stimmt mit dem nicht Okay Der Typ, der mir gerade vor mir zur Kasse gelaufen ist Der hat wahrscheinlich gehört, was ich gesagt habe Und der stand hier neben mir am Parkplatz Guckt mich gerade so an, guckt sich die Kamera an und sagt so Filme beim Einsteigen, gell? Ich denke mir so, okay Vielleicht war es ja auch ein Zuschauer Who knows? Vielleicht sehen wir ihn ja in den Kommentaren wieder Keine Ahnung, aber der sah so 50 plus aus Aber naja, ich bin ja laut eines gewissen Menschen auch alt Vielleicht habe ich ja alte Zuschauer, wer weiß Ja, und jetzt fahrts ab nach Hause Ja, ich habe da weiße Flecken Das ist, weil ich mich gekratzt habe Und somit neigt sich ein weiterer Vlog dem Ende Und ja, ich bin zu Hause Werde jetzt noch an den Laptop gehen, chillen, schneiden Vielleicht den Vlog von gestern Und verabschiede mich und sage, wie immer, wenn es euch gefallen hat Zeigt es mit einer positiven Bewertung Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen Bis dahin, haut rein!